Küken sieht man ja nicht unbedingt immer sofort die Rasse an. Deswegen habe ich die mal gefilmt und hier links die Rassen dazu geschrieben. Ich habe hier Peppa gefilmt, als sie an den schönen Herbsttag an der Himbeerzeile mit ihren Küken war. Die Küken sind ja unterhaltungsvoll Profis, deswegen enthalte ich mich jedes weiteren Kommentars. Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020